Wie ist die Veranstaltung in Holzhausen? Das Haus, also Themen sind die Wiedergeburt Jerusalems und Daniel 2, Standbild aus Daniel 2. Wir nehmen uns auch ein bisschen Zeit zum Austausch und zum Fragenstellen und ein bisschen über die Bibel auch reden und sich auch gegenseitig kennenlernen und ein bisschen vernetzen. Das Haus hat insgesamt 28 Doppelzimmer und 29 Einzelzimmern. Die Preisliste blende ich euch unten im Kommentarbereich ein. Das Problem, das wir im Moment haben, was wohl jeder auch hat, ist, dass zurzeit die 3G-Regeln gelten. Also genesen, getestet und geimpft. Im Fall der Fälle könnt ihr in einer Apotheke, in einer örtlichen Apotheke, einen Spucktest machen. Dann müsst ihr euch kein Stäbchen in die Nase stecken lassen. Mag ich auch nicht so sehr. Im Haus selbst besteht zurzeit keine Maskenpflicht. Das, was schön ist. Also wenn jemand so einen Nasen- oder so einen Spucktest mitbringt, wir brauchen im Haus, weil wir die einzige Gruppe sind, keine Masken zu tragen. Die einzige Ausnahme ist am Buffet. Am Buffet setzen wir dann so ein Ding auf und dann setzen wir es wieder hin und dürfen wieder ohne Maske essen. Also geht ja ohnehin nicht anders. Und im Gottesdienst und auch sonst im Haus besteht keine Maskenpflicht. Das ist natürlich eine schöne Sache. Hoffen wir und beten wir, dass es so bleibt. Vielen Dank an den Hausvater, an den Herrn Felten, dass er uns das möglich macht, so schnell. Also Datum 15. bis 17. Oktober, Freitag bis Sonntag. Wer immer kommen will, freue mich sehr, euch kennenzulernen und sage mal bis dahin alles Gute, Gottes Segen und bis bald.